Ja, schon mal herzlich willkommen zu unserem digitalen Sneak Preview für unseren Print Day im Oktober. Wir werden pünktlich um 9.30 Uhr starten. Es ist sehr schwierig, ernst zu bleiben in einem Büro, was Fenster hat. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Sebastian, sieht man, jetzt kommt natürlich die Frage, alle Fragen. Man sieht jetzt die PowerPoint. Okay. Ah, Moment. Man lernt ja nie aus, wenn man sich bei GoToMeeting verklickt. Du müsstest dich selber live schalten können. Jetzt? Nein, das konnte ich nicht. Das habe ich erfolglos versucht. Guten Morgen zusammen. Die Webinar-Götter lächeln auf uns herab. Ich teile ja schon meinen Bildschirm, den anonymen Menschen, den ihr dort seht. Hier im Garten nebenan ist soeben ein Garten- und Landschaftsbauer aufgelaufen und er schreddert die kompletten Bäume, die er letzte Woche dort gefällt hat. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Und wenn doch, kann ich nichts dagegen tun. Und eventuell, ja, Moment. Du musst dich noch freischalten. Du bist aktuell noch selbst umgestaltet, glaube ich. Ja. Und Klaas zum Beispiel für Collaboration, wo es darum geht, einfach auch die Zusammenarbeit, automatische Effekte, die hier weiter blättert, die Zusammenarbeit der Zeit zu sparen und so weiter. Und die haben beispielsweise die Produktionskosten massiv gesenkt, weil da einfach viel effizienter reingekommen ist. Wir haben dann jetzt... Spannend, wenn man erst die richtige Seite suchen muss. Die ich jetzt zum Moderator mache. So, das müsste soweit funktioniert haben. Ingo, du bist auf Sendung. Ich habe gerade ein technisches Problem, nämlich eine Spinne, die mir im Gesicht rumkrabbelt. Das ist nicht ganz so angenehm. Dementsprechend war ich gerade kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ich übergebe jetzt an Patricia Kastner. Moment. So.